Es heißt, die Welt wurde in sechs Tagen erschaffen. Woher weiß man, dass es sechs waren? Wie definiert man einen Tag, bevor man weiß, was ein Tag ist? Niemand versteht, dass bei der Erschaffung des Menschen die Zeit gebrochen werden musste. Und niemand weiß, ob Gott diesen Bruch repariert hat. Oder ob er sehen wollte, wie wir mit dem verfluchten Problem umgehen. Ich habe so vieles verschwiegen. Wir retten unsere Familie. Und das fängt bei uns beiden an. Hey, Ryle. Was weißt du über dieses Loch? Denkst du, es ist ein Portal? In die Vergangenheit? Und die Zukunft? Was war das gerade, Ryle? Eine Theorie sagt, dass Raum und Zeit in Wahrheit flüssig sind. Und ich glaube, das fließt da unter dem Land. Diesmal mache ich Royal Abbott fertig. Auf die alte biblische Art. Sie wollte mich umbringen, Cecilia. Wegen irgendeiner kosmischen Bestimmung. Du hast es verdient, es zu sehen. Die Welt wurde in sechs Tagen erschaffen. Würde es uns zu wahren Menschen oder zu lächerlichen Clowns machen? Ich wünschte, du konntest sehen, was ich sehe. Komm. Nein! Die Zeit bringt alles ans Licht. Achtung! Ich muss kurz ansehen. Die Welt. Untertitelung des ZDF, 2020